Ja, eines der großen Themen gestern und heute sind natürlich die Energiepreise, aber auch natürlich die Klausurtagung auf Schloss Meseberg der Bundesregierung. Und dazu begrüße ich jetzt Nico Fried vom Stern. Er ist der Politikchef dort. Kurze Frage, schon mal gleich am Anfang. Was erwarten Sie denn jetzt heute noch von dieser Klausurtagung? Ja, zunächst mal erwarte ich, dass Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck dann nachher zur Pressekonferenz kommen und große Einigkeit demonstrieren. Und so tun, als hätte es die letzten Tage nicht gegeben, in denen ja doch büste Worte gefallen sind, unter den Koalitionspartnern auch. Und dass man den Eindruck vermittelt, diese Regierung hält zusammen. Ob sie wirklich auch schon Ergebnisse bringt, insbesondere was das lange versprochene dritte Entlastungspaket angeht, da habe ich meine Zweifel. Da hat sich dann offensichtlich doch die Haltung durchgesetzt, dass man zuerst noch mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden sprechen muss. Und das wird dann noch einige Tage in Anspruch nehmen. Da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen. Die Frage nämlich, was können überhaupt die Kabinettsmitglieder alleine noch entscheiden? Da hatte ich so in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen den Eindruck, man schwagt sich immer ein Stückchen nach vorne, aber dann horcht man erstmal in die Fraktionen, in die Parteien. Und die sind ja, wenn man das sich mal anschaut, ziemlich selbstständig in dieser Legislaturperiode. Ja, mal so, mal so. Also wenn Sie sich erinnern an die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz, wo er die 100 Milliarden Sondervermögen angekündigt hat, da waren die Fraktionen teilweise schon ganz schön dupiert, insbesondere SPD und Grüne, und haben dann am Ende aber doch mitgemacht. Und so ist das natürlich in solchen Krisenzeiten auch. Die Regierung muss vorangehen, muss da führen. Und gleichzeitig stehen die Fraktionen, wo viele Abgeordnete, auch junge Abgeordnete sitzen, die sich natürlich auch ihren Wählern und ihren ursprünglichen Versprechungen verpflichtet fühlen, die sind dann da schon gewaltig unter Druck. Aber man muss sagen, die Fraktionen waren jetzt bisher nicht unbedingt diejenigen, die das Regierungsgeschäft gebremst haben, sondern es ist einfach eher die Uneinigkeit auch innerhalb der Regierung, gerade was bestimmte finanzielle Maßnahmen angeht. Finanzielle Maßnahmen, dafür ist ja der Finanzminister zuständig. Schauen wir uns mal auf die Rolle der, schauen wir uns mal die Rolle der FDP an. Da finde ich ja mal ganz interessant, Christian Lindner scheint so ein bisschen der Bremser vom Dienst zu sein. Ja gut, er ist der Finanzminister. Das ist immer eine, in dieser Hinsicht eine undankbare Rolle. Alle sagen, hier noch was und da noch was und dort noch mehr Geld. Und der Finanzminister, das war bei seinen Vorgängern ja nicht anders, der bremste ein bisschen. Ich erinnere mich gut an die Finanzkrise, als Peer Steinbrück Finanzminister war. Da habe ich mal mit ihm darüber gesprochen, ob man nicht da oder dort was nachgeben könnte. Dann sagt er, wenn ich mal die Türen spaltweit aufmache, dann rennen Sie mir die Tür sofort komplett ein. Und so verhält sich natürlich auch Christian Lindner. Das ist in Maßen schon verständlich. Andererseits, glaube ich, hat er auch verstanden, dass es jetzt darum geht, den Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl zu vermitteln, dass sich die Regierung kümmert. You never walk alone, hat der Kanzler gesagt. Das heißt, man hilft. Das heißt aber nicht, dass man für alles bezahlt. Aber es muss natürlich das richtige Maß jetzt schon gefunden werden dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nicht alleine fühlen, alleingelassen fühlen. Und ich glaube, da wird es zu Ergebnissen kommen. Und es wird auch mehr sein als nur die kalte Progressionsveränderung, die Christian Lindner vorgeschlagen hat. Er hat es ja letztlich selber schon angedeutet, dass es noch Spielräume im Haushalt für dieses Jahr gibt. Jetzt frage ich mich aber, Herr Friech, das haben wir auch schon wieder ganz viel über die Koalition geredet, die Regierung. Wo bleibt die Opposition? Man hat das Gefühl, die hat gar keine Themen zu besetzen, weil alle Meinungen, egal ob Pro und Contra, sind schon innerhalb der Regierungskoalition bestens vertreten. Da ist absolut was dran. Wir sprachen gerade über die solide Haushaltspolitik. Das ist natürlich ein Kernthema der Union eigentlich. Und wenn Christian Lindner das einigermaßen stark vertritt, dann hat die Union da wenig Angriffsfläche. Es liegt aber natürlich auch daran, dass auch in der Union gesehen wird, dass die Leute jetzt Zusagen für Unterstützung brauchen. Friedrich Merz, Entschuldigung, der CDU-Vorsitzende, hat ja selbst schon selbst Direktzahlungen ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, es sei immer noch besser, wenn Menschen mit niedrigem Einkommen 1.000 Euro bekämen, als dass man mit 300 Euro jetzt jeden Bürger und jede Bürgerin, die es vielleicht gar nicht nötig haben, beglückt. Also auch an dieser Stelle sieht man, dass die Opposition durchaus den Bedarf sieht, die Menschen jetzt zu unterstützen angesichts der Inflation und der hohen Energiepreise. Das sagt Nico Fried, Politikchef vom Stern. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.